Also ja, Wunden heilen kann ich bei ihr wohl. Äh, ich kann jetzt grad nicht plündern, weil wir im Kampf sind, okay? Doch, ich kann plündern. Hordenstiefel. Nehmen wir mal mit. Gut, machen wir mal ein bisschen hier draußen Hilfe. I'll take care of it. Äh, Lyra, kümmere dich mal bitte um den Letztläufer hier. Oder, äh, die Ehrenwache. Lyra ist schon wieder ziemlich angeschlagen. Das ist das Leichte, das ist das Gute heilen. Ich werde dir helfen. Ja! Ähm, ich sollte mich eigentlich mal kurz zurückziehen. Vergiftet. Und schon eine Wunde, hä? Okay, formieren. Du heizt dich am besten mal selber. Du machst das. So, eine Wehr-Ehrenwache ist weg. So, mein Stoß ist wieder verfügbar. Sie könnte ihn mal schwächen. Das hätte sie schon viel früher machen können. Äh, sie. Ich würde mal die Ehrenwache nehmen. Oder beide am besten. Das kann wirklich mehrere Umwerfen. Ziehen, beeinträgen. Ja, wirkungsfrei. Was habe ich für dich noch auf Lager? Noch einen Stoß. Oh, das ist das Ding. Das kann ich nicht mehr schlafen. So. Was solltest du eigentlich... ...irgendwas sein? Bist du leider noch nicht. So, wenn wir verwundet sind, sollen wir zu ihr. Ich möchte mich zunächst ein wenig aus... Wo möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Können wir sehen, wie viel Wunden sie hat. Ziemlich viele, oder? Verwundet. Er auch. Wir müssen doch mehr Wachen helfen. Wir erst mal hier draußen ein bisschen aus. Ah, die Grenzläufer sind nervig. Oh, und Lyra braucht Heilung. At once. Dembeherrschen und Einhandwaffen sind hochgegangen. Sehr schön. Oh, eine Falle. Ach du meine Güte. Oh, du siehst auch nicht gut aus. Grenzläufer, die sind problematischer. Bist du auch... Nein, du bist so eine Sonnenwache. Sonnenwachen und Erdwachen. Erdwachen sind nicht ganz so schlimm. Erst mal den Grenzläufer loswerden. Okay. So, jetzt auf den da. Mach du mal die Fähigkeit. Du haust sie wieder um. Ach nee, hau mal den vor dir um. Den da. Du auf die Ehrenwache. Und du auch auf die Ehrenwache. Als Zauber. Machen wir den Ball etwas schwächer. Die hätten wir mal stärken können übrigens. Können wir mal bitte die verletzte Erdkarte loswerden erstmal. Ah, die haben Wüstungspodos. Deswegen... Fallen die so langsam. Was machst du im Dark-Kampf? Oh, Baric hat jetzt auch eine Wunde. Was haben wir hier? Eine ruinierte Rüstung. Rastgegenstelle, Heiltränke, die wir nicht brauchen. Genau, wir müssen jetzt mal warten, bis sich Baric hochgeheilt hat. Die Kisten sehen so aus, als wären sie hier platziert und bald darauf wieder vergessen worden. Da stehe ich hier gegen Ruchtrinkt aus ihnen hervor. Oh, hi. Grenzläufer, Ehrenwache, Sonnenwache, Sonnenwache und Bogenschütze. Äh, Rückzug. Kümmern wir uns erstmal um die Ehrenwache hier. Genau, und da portet sich der Grenzläufer nämlich hier hin. Dann kannst du ja mal dem Grenzläufer das verpassen. Ich verpasse ihm das hier. Baric auf die Ehrenwache. Sieh auf die Ehrenwache. Oh, und du, äh, heibarn mich. So, und jetzt heilst du dich am besten selber auch gleich. Äh, falsche Gruppe. So, der ist niedergeworfen. Also kriegen wir den jetzt tot. Ja, du bist halt schwer verletzt. Au. Wir hätten mal zwischendurch speichern sollen. Bärweg ist schwer verletzt. Bei mir geht's noch einigermaßen. Will do. Ich kann's... So. Schön, dass du das wenigstens der Eisenmachstrahl ein bisschen hilft. Es ist sogar Baric kaputt gegangen. Oh, aber wir haben's doch noch geschafft. So, einmal aufstehen bitte. Okay, ich würd mal sagen, jetzt ist es Zeit zu rasten. Okay, wir haben jetzt den Zorn. Das heißt, die Genauigkeit der Gegner nimmt alle drei Sekunden ab. Sehr schön. Können wir uns kurz ausruhen, ja? Danke. So. Quicksave mal machen, sonst wird das nichts mehr. Ja, Baric get schärft Fallen. Das ist auch so. Was haben wir hier? Ja, wie die einfach hier schon seit acht Stunden jetzt hier sich gegenseitig abschlachten, ist lustig. Einige ist es nicht lustig, aber... Brause hat Schuhe, der Vendrien Wache. Oh, was ist das denn? Sonnenwachenwurf Speer. Wäre genauso gut wie der, den ich jetzt habe. So, Tautenwebenwahl. Der ist tot. Höhenangst, ich muss irgendwo eine Ritze finden, um da drüber zu kommen, okay? Das kriegen wir ja hier hin. Ja, Athletik. Die Glückwunsch, die vorstehen, Steigen zu nutzen, um die mit der Zitadellenbauer zu erklimmen. So, da ist eine Sonnenwache. Da unten sind Ehrenwachen, die die Weisen beschützen. Und ja, wir müssen wahrscheinlich dort lang, um runterzukommen. Ja, weil hier können wir nicht rum. Äh, deswegen... Erstmal buffen. Was ist eigentlich das für ein Zauber? Verstand zersetzen. Oh, den sollten wir auch mal probieren. Kann ich ja gleich hier mal ausprobieren. Okay, da muss ich nächstes Mal näher ran. Du kannst aber die beiden mal umschmeißen. So, du hautest den. Dadurch dürftest du zweimal pro Runde angreifen. Könnt ihr auch? Gut, das haben wir auch hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir in den Innenhof. Am besten wir benutzen die Treppen. Kann er sich damit selber buffen? Nein, nur die beiden. Aber das reicht. So. Machen wir mal hier die KI wieder aus. Und lock mal die hier hoch. Das sind nämlich... Au, das ist ein Grenzläufer ist dabei. Berwick, du kümmerst dich um den. Du schwächst den. Du eist ihn. Und du machst den Schwächungsangriff auf ihn. Okay, dann kann ich auch die gleich mal schwächen. Du heißt die selber. Hast du meine richtigen Schaus?